Bist du? Was denn? Es ist Regen... Es ist Regen... Es ist Regen... Alter, das gibt es nicht! Kommi, Baby! Hä? Ich bin einfach komplett durch den Pfeil geflogen. Ja, bei mir ist der Ball erst weggezogen. Hey, Baby! I call you, Baby! I call you, Baby! I call you, I call you, call you, Baby! Hey, I just met you, this is crazy! So, yes, my number! So, call me, Baby! Da, 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 da! Wenn und her! Ich mach den mal in unsere Richtung! Neue Spielaufbau, war nix! Wir waren da am... Wir waren da am hängen! Toll! Können wir jetzt die noch mal auf der Mitte oder? Das war gut! Ja, ich hab den extra abgeblockt! Geh da mitten hier rum und... Warte, ich mach den mal in unsere Richtung! Hey, ja, ich dachte, das wird gut, aber nein! Die einzige Punkte waren die erste Ballgelegenheit! Easy! Hey, 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 hey! Weil... Ja, aber ich bin halt auch erst aus unserem Team, ja! Das war eine Spielweise also doch gar nicht so schlecht! Ja! Die Punkte von dir sind halt im Gegner-Team! Wie die Punkte von mir... Verstehe ich nicht! Punkte von mir sind auf dem Scoreboard! Hey, wo der herkommt, ne? Hey, da, da hüpft der Ball! Ich treffe mit dem Kackball und dann kommt der Ball und hüpft plötzlich über mich! Ja, super! Du kannst den Ball halt nicht führen! Am... am Auto, das geht nicht! Wo der Ball einfach hüpft! Dann hüpft man über den, über dich! Toll! Na, halt noch n'bis! Okay! Hallo! Hallo! Ja, das hab ich mal gewehrt! Der macht halt n' Fallrückzieher, Alexander! Läuft! Hallo! Oh, schön! Das war der erste Gute! 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 Guck dir an! Ja, ich! Ich! Ich war das doch! Ich war das doch! Ich muss bußen! Ich muss bußen! Stopui! Stopui! Sei bereit! Stopui! Ich komm hoch! Yes! Ich hab' halt bei Kamera! Oh nein! Ich hab' halt bei Kamera! Wie gesagt, ich wär' auch froher, wenn ich mit der Maus einfach die Kamera drehen könnte! Schade! Schade! Schade Spiel! Das Spiel mobbt mich! Alexander ist aber auch unfair! Der ist schon richtig alt! Der spielt bestimmt schon mal ganz gut! Sonst... Der spielt schon mal ganz gut! Nein! Nein! Der spielt schon mal ganz gut! Hallo! Der spielt schon mal ganz dumm! Der spielt schon mal ganz hart! Der spielt jetzt nicht! J- guys! Das war's ja... Und warumfed sie sich so alt! Und warum bist du so alt! Alexander ist ja auch dhergott! ist schon sehr alt alter wird da kann ich nicht mit ansehen ja was soll das was macht der denn das der war gerade auf anrufen für mich, ein Baby I call you, Baby, Baby Miranda an den Speck sind gar nicht so schlecht mal zwei hinten stehen oh man, das wäre mein erster Lufttor geworden ich habe das stoppt what the fuck ja, fremflag, Digga durch Ok. Loil! Ich hab sie so verwirrt. Ja, da war gar keiner dran mehr. Kein einziger. Was sie denn gemacht hat? Ah doch der! Ja, und dann wie? Ich hab Rick purzelt noch einmal durchs Bild. Ich wär halt da gewesen. Mach Stop Ui, Stop Ui. Ja, krass. Oh, ich will nicht so weit. Ja, ich hab den mal gezeigt. Die Karte. Guck mal, der eigentlich im Körper geht. Ich nehm das glaub ich nicht ernst. Huch. Mitte, Mitte nochmal? Noch einer? Nein. Ja. Oh Gott. Und Tor! Boah. Alter, da rammt der nicht. So einer von der hinten? Ja. Nee. Nein. Nein, Fabian. Mach's denn kaputt, mach's denn kaputt. Mach's denn kaputt. Mach's denn kaputt. Mach's denn kaputt. Die Geil machen die Kraft halt wie vor. Die machen jetzt einfach alles auf Ex. Stoppui, habe aufo! Warte in der dritte. No. Doch, geht Mitte. Meine da. Pakete. Nein. Oh Scheiße. Oh, das fühlt sich einfach zu nice. Das war mal der Floor mann. Ach. Der hat's ja ganz. Aber eintragen. Ich hab's tatsächlich verkönnt. Ey. Also schön umverdient gewesen wenn wir gewonnen hätten. Wieso? Guck mal, der hat einen Kielbocken. auf seinem Auto, ist ja eklig. Oh ne Granate! Wie viele müssen wir noch für deine Minuten? Zwei Spiele. Machen wir das noch. Oder drei, je nachdem wie wir spielen. Wenn wir sie rendern auf fünf, sagst du? Ja. Hm. Passt du zu rechts? Los geht's. Auf null, ey. Auf null. Genau null. Was passiert, wenn die Zeit abläuft? Welche Zeit? Da ist immer so ein Countdown. Es ist nochmal drei Sekunden Warnung, wenn's los geht's. Ne. 60 Sekunden laufen wir mal runter. Achso, dann wird die Lobby geschlossen. So lange kann man noch in der Lobby bleiben. Danach fliegt ihr halt ins Hauptmenü. Scheiß und Quatschel ist. Boah, der hat noch das fattige Auto als ich's. Aber ich hab ihn natürlich direkt verwirrt. Das Steinchen. Oh, ich bin ein kleines Steinchen! Und ich so, ah, ich bin ein großes Stein. Habe ich auch noch ein gutes Foto von dir. Ein dickes Stein, oder wie heißt das? Mhm. Pari. Ist er. Habe gerade getrunken, jetzt muss ich den Deckel suchen, der ist auf den Boden gefallen. Moment! Ja, was? Time out! Okay. Sucuk! Sucuk! I like Sucuk! Hallo, Mitte! Da geht er! Mein Gott! Wie kann man den denn nicht machen? Ja, ich dachte, der kommt schneller! Ja, das Ding ist doch, wie der kommt. Ja, ich dachte, du gehst ja nochmal ran. Wie denn? Ja, du warst halt da direkt. Ich dachte, du kommst ja nochmal dran. Dann wär der halt schneller gewesen. So, jetzt hier, komm! So, ja, super! Superschlecht halt, ne? Mann! Hallo! Ah, ernsthaft? Ich nicht. Steinchen! Halter die Schnauze! Hahaha! 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 Oh, der hat mich kaputt gemacht! Hahaha! Aua! Aua! Alter! Du bist ja der Erste, den ich richtig verstehe! Und du bist nicht nett! Hahaha! 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 Ich hab' meinen Leute hier nie gekauft! Mr. Raver! Mr. Raver! Raff da! 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 Ich glaub der hat deine Mutter gekauft hat oder gesagt! Wollen wir ein bisschen schwurfen? Ja! Deine Mutter ist fett! Ich hab's doch gehört! Raff da! Raff da! Raff da! Raff da! Raff da! Meine Mama ist ganz fett! Dirk Na Könnt ihr euch bis hin amschrecken. Dirk Maverick ist schon ganz langweilig Vielleicht können wir uns ja in der Mitte hier treffen und was zusammen sprofen Na ich halte den Kante, zeig Schnauze Alter, ey. Oh, was kann ich machen? Komm! Ruhig, ruhig. Der Kollege, der beruhigt ihn schon. Ich glaub den jetzt einfach immer weiter. Immer nichts anderes mehr als den Typen vorbei weghalten. Ah, warte. Mach doch mal den Ball gut weg. Tor. Oh, das sieht aus wie ein Tor. Juhu! Hallo! Oh, das tut mir leid. Oh, ja. Ja, der hat mich deine Fettmode überrollt. Warum kann ich nicht mehr reden? Oh nein! Hallo! Ja, tschüss! Danke für den Save. Sehr gut, sehr gut. Ups! Aua! 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 Ich muss in die Werkstatt, glaube ich. Ha! Ein Tor von mir! Ha! Bistanz-Tor! Ha! 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 He! Ihr kommt alle aus der gleichen Höhle. Hey! Es gibt noch mal deinejammerhafte Höhle! Ed. Oh mein Peach hat tot für euch. Oh fuck! Oh god. Aber meine Mama ist ganz fett, weil wir essen nur Chips! Ok, wollt ihr bitte wissen was? Oh, und? Matt? Super! Oh, hier ist nur Matt, alles hier ist jetzt. Oh, nette. Hallo! Ganz gut, ganz gut. Er stimmt, ganz gut. Hallo! 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 Kann ich hier Leute enden? Wie kann ich Leute enden? Ich würd gern was stellen. Ich würd gern was stellen. Ich muss auf den Rafter! Rafterboy! Du siehst ein bisschen aus wie Angela Merkel! Nein, ich verfehle! Michael, bitte! Hallo! 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 Deine Mutter ficken! Hallo! 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 Achso, generell! Ich hab einen kleinen Penis! Hallo! 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 Kann ich euch eine Freundschaftsanfrage schicken? Ja! Jo! Wie geht das? Hallo! 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 Ist das die Merkel? Die Merkel ist ja lustig! Ja, aber das sind vielleicht dieselben. Komm bitte! Das wär so schön! Hallo! Ich hab nichts vom Spiel mitbekommen! Egal! Egal! Wie der geschehen hat, ne? Der hat mich nicht so gefreut, dass die nur wieder Hallo gesagt haben. Der hat direkt... HALTER DEINE Fresse! Nein! Der hat wieder seinen Sozialangriff gemacht. Ich war so schön! Der Phantom-Trick! Auch genannt. Ah, den hab ich auch gerade gemacht. Alter, wie kann ich da drüber, ey? Ich spring immer hoch! Und treffe den Ball, wenn er am Zenit ist. Und dann sich halt ganz knapp drunter durch... Jedes Mal... Boost! Oh! Oh! Scheiße! Hier, da fliege ich auch gar... Hahahaha! 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 Rückwärts-Tor-Vorlage-Und-Alles! Hahahaha! Hahahaha! Nein! Da fliege ich doch! Hahahaha! 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 Ich trinke ihn! Ne, die Wahl! Ach! Hahahaha! Hahahaha! Wovend ist er einfach zu blicken! Mach wieder Hallo! Haaaaaallo! Eheheh! Eheheh! Und was ist denn es Wahnsinn? Eheheh! 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 Passt! Oh nein! Ich drücke mal den Schuh! Nein! Ich hatte das nicht genug! Hallo! Guck mal, die drei Leute haben beide fliehen. Erste Waldo rum vor dem Wind, kann die lassen die mir. Wer hat schriebgegangen? Oh, was ist das? Fallrückzieher 10 Punkte! Hallo? Ja, mache ich! Glanzparade! Fallrückzieher 10 Punkte! Fallrückzieher 10 Punkte! Ach, Mann, Michael! Nicht in die Richtung! Was denn? Ich war Fallrückzieher 10 Punkte! Oh! Ah! So, so holst du dir deine Punkte immer, ne? Ja, versuch ich dir. Um die Tore zu machen. Ihm nach vorne fahren! Halt dich hätt' einen drauf! Äh, auf. Äh, umfahr unterm Ball durch, mal wieder. Einer meiner Lieblings... ...Aktionen. Huuuuh! Ich hab' weg. ...durch kurz einschreiten. Hä? Hä? Die sind nicht gesprächig. Ich versteh' nämlich nicht. Hallo! Vielleicht versteh' nämlich nicht. Hallo! 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 Die haben keine Mikrofone. Habt ihr keine Mikrofone? Nee! Nee! Scheiße! Hallo! Sorry, knapp! Ja! Ja! Nein! Oh, ey! Guck mal, wie der da rückwärts ist! Oh, scheiße! Egal, ich mach' den in die Mitte. Oh, der haut' den raus, ey! Hallo! Oh! 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 Ich glaub' da war' ich dran! Hallo! Bitte redet doch mal mit mir! Nee! Fahr! Wir schubsen! Boost, Junge! Boost! Ich hab' Joghurt auf. Ich hab' ihn nicht schubsen! Nicht schubsen! Joghurt auf! Muss man sich mal nennen! Oh, fuck! Hallo! Boah! Na, knapp! Ich glaub' der geht weiter weg, fucker! Boah! Carbonara! Sicher jetzt erst, dass einer so heißt! Boah! Mein Wrack! Sorry! Boah! Gegner nur noch vom Ball trennen! Oh, Gott! Huh! Not even close! Hallo! Alter, war das... War das Mist geduldet, Alter! Ich bin ein Stern! Die sind alle Sterne! Die sind alle Sterne! Die sind alle Sterne! Die sind alle Sterne! Ja, krank! Die sind so gut! Können wir machen nur eine Runde, dass wir den Stern wieder verlieren! Oh, ich fühlte ja so... Ich fühlte ja so... Wie ist der Steinchen, die Stern? Ist ja so gut, wenn die nochmal kämen! Hallo! 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 Oh, es leckt! Ich hab Ultra-Lacks! Und das? Und das? Ich hab's nicht... Ach, nur... Wie war das denn? Hallo! Hallo! Dreier-Kolonne! Counter-Ball! Oh ja! Oh ja! Oh nein! Zu wenig blüß! Leider! Im Köcher-Gab! Boah, wie... Mann ey! Was ist denn da? Haben wir die Scheiß-Arena eigentlich rausgepatcht? Ich sehe die Scheiß-Arena! Ja, da wo's von den Seiten so hoch geht! Ah, ne! Weiß ich nicht! Ja, hab ich schon seit... Noch nie wieder gespielt! Nicht wieder! Hallo! Oh, das ist überhaupt keiner von uns! Oh, ein Regenbogen! Bunter Regenbogenfisch! Du leuchtest, wunderschön! Stolz zeigst du dein Glitzerkleid! Und jeder kann es sehen! Und jeder kann es sehen! Oh mein Gott! Zu spät geschwimmen! Hallo! Hallo! Das Tor ist frei! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Tor ist frei! Uuuuuhhhhhh 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 Ach, stimmt mal, Alter. Alter, da kriegt er mich. Wie geht das denn? Boah, jetzt kann der Michael nicht sagen, wie sieht das so? Joa, ich hab grad Z findet auch schon. Was denn? War am Spiel die ganze Zeit. Jaja. Haaaaaaallooo. Stop Ui? Nein, gern. Der geht rein. Oh, wer war denn jetzt der Mann? Müssen wir das analysieren natürlich. Das sieht sehr anders aus, als wenn der Stefan gewesen wäre. Hey, na, ich war... Der ist ja viel zu weit raus. Viel zu weit rausgefahren. Na statt du. Nicht hart. Ja, das war ich. Na statt du. Geh weg. Oh, ne, da hab ich weg. Du. Oh, nein. ,,Fahr dahin du! Fahr dahin du! Och, Mann Michael, lass mich nochmal mal in zwei Rücken ziehen. Bitte, 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 bitte. Oh, da ist der in der Golly dran. Nein, verschätzt. Der von Fatou war einfach mal dran. Ja, der hat sich doch gerade wieder rausgekickt. Ich hab das schon gesehen, dass der da ist. Einfach mal probieren. Ja, ja, und dann ist er nicht wieder da. Ich hab auch so gemacht, dass du gesehen hast. Ich hab auch so gemacht, dass du gesehen hast. Was ist das? Den war ich rein. Ja, wer war da wohl? Ich hab den reingefahren, ich wollte sogar noch bremsen. Ich muss einfach mal gehen und es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Da fahr ich gleich. Ja, da fahr ich. Du machst genau so weiter. Komm, das machen wir noch. Eine Minute dreißig. Bleib gut, bleib. Mach keinen Stopp. Gedi, Gedi. Hallo. Leute, was kommt der denn hier? Oh, das ist der Tonne. Alter, guck mal. Der hat einfach meinen Selbstkiller in den anderen Sorge. Auf. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ja, Michael, sag doch, was ich jetzt noch lesen würde. Du fliegst mit dem Ball. Was war nicht du? Stefan, da hätten wir dich gebraucht. Ja, ich steig jetzt mal in dich wieder die Kante hin. Warum gibt's keine Kickwände, wo der Ball einfach auf dem Boot bleibt. Ja, das spiel genau zu dem neben Spiel. Das wär so geil. Ha! Ja! Ach, ist ja. Ball und Gegner weggeschleudert. Er ist wieder als erstes dran. Hallo? Wo? Geide in den Träumen. Mann! Dann schieb ich den in den Boost rein? Nein! Ich komm ins Menü! Geh mal hin! Scheiß fetten Daumen! Nein! Der ist davon schon wieder vor mir. Ganz schön belastend. Ich habe auch ein Tor gemacht. Hallo! Aber warum reden die alle nicht mit dir? Also eine Runde könnte ich noch. Nein!